. 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 Oh Gott, wir haben ja jetzt was Schönes vor. Dazu muss ich mich allerdings verkabeln lassen, also umkabeln lassen. Das machen wir jetzt einfach mal parallel. Denn hier, das ist übrigens die liebe Svenja, die dafür zuständig ist, dass Sie mich hören zu Hause. Und natürlich auch hier im Saal. Martin, wir spielen jetzt, also wir werden einige Filmszenen, also wirklich einige, nachstellen. Und ich frage mich, ob man dafür vielleicht, du hast ja Erfahrung, ob man sich da vielleicht ein bisschen für aufwärmen müsste. Ja, also du arbeitest ja sowieso viel mit dem Mund. Ja, das stimmt. Ich habe gehört, du singst auch, gell? Ja, 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 gelegentlich, ja, genau. Ohne Ernst, also für den Mund kann man zum Beispiel folgendes mal, also man kann die Backenmuskulatur busyloggern. Aha. Das macht man zum Beispiel so, ich mache es mal vor. Einfach die Bäckchen so busy hin und her schlappen. Also mit Sound, also das ist richtig, also du hast auch richtig Vollgas gegeben jetzt. Okay. Ja, können wir mal zusammen machen, oder? Ja, das machen wir jetzt zusammen. Am besten mit dem Publikum auch. Ja, klar, die müssen sich auch ein bisschen aufwärmen. Ja, klar. Eine Runde mit der Backe schlackern. Ja, drei, vier. Boah, bei mir hat es auch geklungen. Ja, Hammer, es kann ruhig ein bisschen spritzen, gell? Ja. Habt ihr alles schön mitgemacht? Macht nichts, wenn der Nachbar busy nass wird. Ja, ja, es stimmt eigentlich auch wieder. Okay, Martin, ich glaube, gut, dann haben wir jetzt den Mund gelockert. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir legen los, oder? Ja, ich bin heiß. Ja, ich auch. Wie frittenfett bin ich heiß. Also. Ich hab nichts. Ach so, ja. Ich schon. Warte mal. Los geht's. Jetzt öffnen Sie die Auge. Oh Gott. Jack. Jack, ich fliege. Ich bin der König der Welt. Juhu. Juhu. Wir stehen extrem unter Zeitdruck. Was ist passiert? Spannungsabfall im Hauptsystem. Ich glaub, wir explodieren. Houston, wir haben ein Problem. Ja, das glaub ich auch. Das ist die Nacht. Es ist die Nacht. Ja, okay. Schatz. Kuckuck! Ah! Wie Kuckuck? Was ist denn mit dir los? Ja! Hier, dein Kettchen. Ich werd nie vergessen, wie glücklich du mich gemacht hast in jeder Minute nie. Oh, Franzl. Sissi. Ich bin schon so weit, jetzt komm rein ins Bild. Warte mal. Hier. Warte mal, dreh nicht auf! Bleib stehen jetzt! Ich muss noch das Fahrrad spielen! Jetzt, Alter! Dreh dich mal sein nicht, dreh dich sein nicht! Ja, jetzt! Heimtelefonieren! Oh! 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 Ich bin so was von klar. Ja. Ja, ja, ja. Komm her. Hier, ich schenk dir was. Ja! Aber was ist denn mir? Wir werden immer Paris habe. Aber das ist doch nicht alles. Ich schau dir in die Auge, Kleiner. Ein Martini mit Zitronenschalen. Geschüttelt. Nettgerät, ne? Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Ich bin dein Vater! Nein! Nein! Ich bin deine Mutter! Oh, Red. Wenn du fortgehst, was soll denn dann aus uns werden? Ehrlich gesagt, es ist mir wurscht. Aber... Hallo! Ah! Sag mal! Ich wollte nur die Spinnen da wegmachen. Du spinnst doch nicht. Du musst... Du hast... Du hast... Du hast einen Kopf in meiner Brust. Na! Sehr gut! Ist... Ist... Ja! Ist aber so! Ein Baby gehört mir! Ja! Ja! So lange ich habe noch... Ja! Dankeschön! Martin Schneider! Dankeschön! Vielen Dank! Es hat großen Spaß gemacht mit dir, mein Lieber! Tschau! Ein Riesenspaß!